Das baltische Land Litauen hat seine Botschafterin aus China zurückgezogen. Dies geschah nach einer Auseinandersetzung mit Peking wegen der Eröffnung einer ständigen Vertretung Taiwans in Litauen. Litauen erklärte jedoch, dass seine Botschaft in China trotz des Rückrufs normal funktioniere. Nach einem Streit mit China über Taiwan hat Litauen seinen Botschafter aus Peking abgerufen. Das litauische Außenministerium teilte am vergangenen Freitag mit, dass Botschafterin Diana Mitzkeviciene von der litauischen Botschaft in China abgerufen worden sei. Die Botschaft selbst arbeite nach eigenen Angaben normal. Im August kündigte China an, seinen Botschafter aus Litauen abzuziehen. Gleichzeitig forderte es von Litauen, seinen Botschafter in Peking zurück zu beordern. Der Konflikt trat auf, als Litauen Taiwan erlaubte, eine ständige Vertretung unter eigenem Namen in Vilnius zu eröffnen. Die Vertretung soll den Namen Repräsentantenbüro Taiwan tragen. Das ist das erste Mal, dass der Name der Insel für eine Vertretung in Europa verwendet wird. Häufig wird in anderen Ländern der Name chinesische Taipei-Vertretung verwendet. Damit soll ein Bezug zu der selbstverwalteten Insel vermieden werden, damit sich Peking nicht beleidigt fühlt. China betrachtet Taiwan als ihr eigenes Territorium und verbietet der demokratisch regierten Insel diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern. Das chinesische Außenministerium beschuldigte Litauen im August, mit ihrem Schritt die Souveränität Chinas zu untergraben. Das europäische Land ist von Pekings Reaktion enttäuscht. Es will für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Taiwan aufbauen. Die ständige Vertretung Taiwans in Litauen soll im Herbst eröffnet werden. Im vergangenen Monat begrüßt der US-Außenminister Antony Blinken in einem Telefonat mit dem litauischen Außenminister den Ausbau der Beziehungen zwischen Litauen und Taiwan. Don Marr, NTD News Wissen Sie noch, wie das Märchen hieß, in dem sich nur das kleine Kind traute zu sagen, dass der Kaiser gar keine Kleider trägt? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht ganz stimmt, obwohl viele das Gleiche sagen? Wenn Sie sich lieber auf Ihren eigenen Verstand verlassen und sich nicht scheuen, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind, dann ist die Epoch Times genau das Richtige für Sie. Bestellen Sie die Epoch Times Wochenzeitung jetzt drei Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen und entdecken Sie den Unterschied.